hey leute und willkommen zurück zu minecraft beim letzten mal habe ich ja gefragt welches texture pack ihr gerne gerne sehen würdet als nächstes und ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich so was wir werden uns verarschen was ist das für texture pack wo kommt das her das war doch gar nicht in der auswahl ja das ist eine sehr lustige begebenheit und zwar hätte dieses texture pack in der auswahl sein sollen und ich habe es aber irgendwie aus irgendwelchen gründen letztens gelöscht irgendwie weiß ich nicht weil irgendwie neue version da war oder irgendwas und deswegen war es nicht mehr in meiner texture pack list obwohl das eigentlich da sein sollte weil ich dieses sehr geil finde obwohl es noch nicht ganz fertig ist muss man dazu sagen es fehlen noch ein paar texturen aber das ist das chroma hills texture pack und allein wenn wir uns mal das werkzeug ansehen ja das schwert diese spitzhacke diese schaufel und natürlich die axt die sehen einfach so geil aus und natürlich wir haben zwei monde und eine sonne das damit ist schon mal sowieso besser als jedes andere nee also dieses texture pack ist soweit ich mich erinnere das texture pack was extra zur optimierung für den zus shader entwickelt wurde aber auch ohne shader sehr hübsch ist und das nehmen wir jetzt denn lustigerweise hatte der liebe dominik vorgeschlagen nach dem motto ja er würde mal ein anderes texture pack in die runde werfen und dann habe ich als ich so las und gedacht huch okay hilfst dich nicht an die regeln nicht wahr junger mann aber im endeffekt also zusätzlich jetzt jetzt denkt nicht das wäre nur deswegen weil er sich sein eigenes texture pack gewünscht hat nein es sollte eigentlich in der liste sein ich habe es nur vergessen und insofern ist es einfach eine super lustige begebenheit dass es jemand von selbst vorschlägt und der die begründung gefiel mir auch am besten und ja genau ansonsten ich muss hier mal eben auf dem laptop ach so ich habe übrigens mittlerweile in den laptop das ist sehr schön dass ich einen habe ich kann jetzt nämlich theoretisch sofern ich mehrere folgen habe die alle hochgeladen werden müssen es ist eigentlich schlauer wenn ich okay moment entschuldigung smartphone es gibt ja mittlerweile dieses youtube studios ich will mich ganz ganz kurz nachlesen zum kommentare ich hatte nämlich themenvorschläge und jetzt kann ich heute mal anfangen damit thema worüber man sprechen könnte aber ich hatte doch vorher noch ein anderes genau das hier auch vom lieben dominik also noch mal grüße an dich an dieser stelle du bist echt gut aber immer ich soll als thema erzählen was so meine gaming anfänge waren beziehungsweise welche games und auf welcher plattform und in welchem alter und da muss ich erstmal überlegen also ich gehe jetzt nicht mehr viel aufs texture pack an ich hoffe es gefällt euch mir gefällt es und wir machen jetzt einfach mal na und ich baue jetzt ein bisschen wieder weiter im kolossium rum und erzähle also meine gaming anfänge das muss man ein bisschen differenzieren also viele leute haben ihre kindheit ja sehr viel gespielt also jetzt so im sinne von sehr viel sehr viel verschiedenes mehrere konsolen eigene konsolen eigene spiele das war bei mir ein bisschen anders also meine erste konsole auf der ich gespielt habe war die super nintendo das ist schon relativ früh und das war die halt vom die super nintendo meines vaters die ich irgendwann durch zufall mal mitbekommen habe mein vater eigentlich nicht so der gamer hat die aber halt noch damals aus seinen jüngeren erwachsenen tagen und ja da habe ich dann im alter von jetzt muss ich kurz überlegen wie alt war ich denn ich war wahrscheinlich so sieben oder acht würde ich sagen habe ich dann da theoretisch drauf gespielt warum theoretisch ich war ein ich war ein sehr leicht zu zu verschreckendes kind anscheinend und insofern war es die begebenheit dass ich dass ich link to the past spielte und sobald ich in einem dungeon war konnte ich einfach nicht weiterspielen weil ich zu viel schiss hatte und das war auch so die hauptblockade damals meine gaming anfänge das ist eigentlich sehr lustig und ja also meine gaming anfänge fing damit an dass ich auf der oberwelt gespielt habe mich da auch dem lixt angestellt habe aber ich glaube das ist relativ verständlich erinnert ihr euch noch an die phase in eurer gaming karriere als ihr die meisten probleme damit hatte zu wissen welche knöpfe wofür sind also wenn man noch gar nicht diese automatik drin hat nach dem motto ich will jetzt schlagen links klick oder oder x knopf oder sonst was wenn man das noch nicht weiß und immer erst auf die knöpfe gucken muss gerade bei dem bei der super nintendo war da ja vier knöpfe waren und nicht nur zwei wie bei den normalen nes oder sowas das ist schon und meine nase nervt moment ich muss mal eben säubern so ich habe momentan so ein bisschen erkältung glaube ich und was ich auch habe ganz wichtig ich hatte ja vor länger etwas längerer zeit schon gesagt es könnte zu internet ausfällen kommen gerade mal was in den letzten tagen losfahren das ist einfach nur krank 80 prozent der zeit zwischen sagen wir neun und open end also neun uhr morgens und open end war mein internet einfach mal komplett am arsch 80 prozent der zeit weg heute ist es ein bisschen besser ich hoffe das bleibt so und ja das uploaden war sehr nervig sehr nervig weil ich teilweise ich musste halt selbst um die video beschreibung samt thumbnail rein zu bekommen musste ich drei mal mein internet abwarten dass es wieder da ist also ich habe im prinzip den gesamten tag dafür gebraucht diese folge hochzuladen und zu bearbeiten das war nicht so cool jetzt muss ich kurz mal überlegen ach so ja genau und gaming anfänge ich will ja nicht vom thema abweichen ja da habe ich die falsche taste gedrückt also im prinzip mein anfang lag bei der super nintendo mit link to the past und super mario world also ganz klassisch im prinzip in ja was was hatte ich eben gesagt die alt alt ich war so 78 es ist auch nur eine schätzung also ungefähr vielleicht auch vielleicht auch erst sechs kann auch sein und ja super mario world war natürlich auch grandios schlecht ist klar wenn man nicht mal die steuerung richtig hinkriegt aber das habe ich zumindest ein bisschen gespielt da lag mein fehlendes talent hat einfach nur an meinem fehlenden talent und nicht daran dass ich mich gefürchtet hätte und es ist echt lustig wenn man so im nachhinein darüber nachdenkt dass man damals bei link to the past schiss hatte das ist schon interessant ja und dann so richtig ging es im prinzip los mit dem gameboy advanced ich weiß gar nicht wann der rausgekommen ist kann sein dass ich den auch relativ aktuell hatte da bin ich mir jetzt aber nicht sicher die aussage könnte auch ein bisschen ein bisschen an wahrheit lecken da will ich mich auch nicht darauf festnageln und ja also mit dem mit dem gameboy advance ging es dann eigentlich richtig los dann halt mit solchen spielen wie wie pokémon also das war damals meine erste richtige edition oh gott jetzt muss ich überlegen was war denn meine erste richtige pokémon edition rubin glaube ich ist auch sehr lustig ne robin rubin ist wieder da gab es glaube ich auch tolle witze damals selbst in der kindheit aber na gut hatte ich glaube ich sogar auf meine karte noch falls sie verloren geht drauf geschrieben robins rubin das war da war ich war selbst damals war ich schon so ein ass mit sowas mit solchen tollen wortwitzen ja und jedenfalls mit pokémon rubin später habe ich dann weil man in dem advanced ja auch die gameboy color spiele einlegen konnte habe ich dann auch kristall gespielt und das war auch sehr schön und ja moment dass er muss ich mal alles anders machen hier so genau also dann mit pokémon genau dann mit dem super mario world remake was ja im prinzip nur ein port war mit ein paar kleine veränderung zum beispiel dieses easter egg level oder hat man das so nennen kann weiß ich gar nicht das wo man diese ganzen items freischaltet das gab es ja da glaube ich nicht und so genau das habe ich dann auch tatsächlich glaube ich sogar habe ich das durchgespielt ne aber generell ich war nicht so der krasse gamer das hat dann eigentlich erst angefangen als ich meinen eigenen ersten pc hatte im alter von zwölf jahren oder sowas oder ein bisschen früher also laptop am anfang immer nur laptops und lustigerweise ist das auf dem ich ziehe gerade spiele auch mein erster stand pc mein erster und bisher einziger aber der wird demnächst ausgetauscht werden müssen weil der ist halt mittlerweile auch schon seine dreieinhalb jahre alt und die grafikkarte sie sie weist ein paar probleme mittlerweile auf und das ist nicht so geil also ja ich hatte den ein oder anderen bluescreen in der letzten zeit und das ist nicht so angenehm also man sieht hier zum beispiel die villager noch keine textur in diesem texture pack aber ich finde das ist gar nicht so schlimm damit kann man arbeiten und hier muss ich dann demnächst mal gucken wie ich die verzierung nach unten hinweg mache aber so eine halb runde tribüne finde ich ist schon cool kann man machen weil die frage ist ob ich die tribüne rund mache oder ob ich sie abecke abeckeln wäre vielleicht auch nicht doof also so ja genau also erste richtige konsole war im prinzip halt die super nintendo lustigerweise aber wie gesagt ich bin ja doch generell nicht so der gaming mensch gewesen und halt wenn dann später der pc konsolentechnisch war ich nämlich echt überhaupt nicht gut dabei da hatte ich nämlich dann halt die super nintendo die ich auch nicht selber erworben hatte dann irgendwann die gamecube und dann die wii und das war's mehr habe ich nicht und halt auch jedes mal immer nur so drei vier spiele dafür also da war nicht viel los da war nicht wirklich viel los so was mache ich hier für eine abschirmung frage ich mich ich habe eine idee die wird ziemlich kostenintensiv aber die mache ich jetzt und zwar eisengitter wir haben so viel eisen ganz ehrlich da kann man auch ein bisschen was für eisengitter auf ausgeben haben wir in der farm noch welches ich meine das ist immer ein bisschen außerhalb der lade reichweite glaube ich ich fahren wobei das er theoretisch in den spawn chancen ist also an sich sollte es trotzdem irgendwie machen auch ja da ist ein bisschen was also ein bisschen eisen ganz dezent echt wenn ihr eine singleplayer welt habt und ihr habt keinen bock zwei milliarden jahre unter tage zu gehen holt euch so eine verdammte eisen fahren die ist wirklich nicht aufwendig wie man sieht das anstrengste ist ja noch die villager rein zu bekommen und selbst das geht und es ist so viel angenehmer übrigens wo ich gerade sag wenn man village hat da fällt mir ein wir müssen demnächst mal ein mesabi oben suchen und ich habe auch schon eine idee wie wir das anstellen und zwar mit dem boot denn hier in diese richtung was ist das eigentlich östlich da ist relativ schnell wasser und dann werden wir da mit boten hin ach ich habe ich ja gar keine crafting bench crafting table wie heißt denn das jetzt eigentlich das hat das ja früher mal anders genannt da kennt ihr die zeit noch als items bei minecraft keine eigene beschreibung hatten und hat doch hatten und man sich da immer die eigenen ausgedacht hat kennt ihr das noch das war lustig da hieß alles irgendwie ein bisschen anders das war dann erst mal total die umgewöhnung als die richtigen namen da waren zum beispiel der crafting table ich glaube das hatte man anders genannt damals bin mir aber auch nicht mehr sicher so jetzt muss ich mal gucken wo ich hier die mache also auf jeden fall dort hier vielleicht dann da und da obwohl nicht das ist schwachsinn oder das ist nicht schwachsinn da dann da dort hier hier und alles ist wunderschön jetzt platzieren wir die nur noch überlege gerade habe ich die zwei hoch machen will nur ein hoch es könnte auch sein dass gewollt im endeffekt komisch aussieht ich mache das gerade sehr spontan das kann manchmal nämlich zu fehlern führen manchmal hat man so spontane eingebungen die auch wirklich cool cool sind aber manchmal macht man auch wirklich einen müll so ich mache das jetzt zwei hoch haltet mich doch auf genau ich glaube habe ich dann habe ich damit alles alle inhalte der frage geklärt ich gucke mir die noch mal eben schnell an gaming anfänge mit welchem games plattform welches alter ja also im prinzip plattform komplett nintendo und dann später der pc auf dem pc ging es los auf lan partys mit den ganzen strategie klassikern also mit dem ganzen age of m age of empire empire earth und wie sie nicht alle heißen bei command and conquer und so weiter nicht da hatte ich keinen zugang dazu oder was heißt zugang da ich keine lust drauf oder wir wir hatten keine lust drauf man hat dann ja zusammen entschieden was man spielt genau ja und ansonsten anfänge sind halt primär bei nintendo gewesen was glaube ich die meisten noch nicht überraschen sollte weil das ja eigentlich bei den meisten menschen so ist ich überlege gerade was ich drauf setze ich glaube eine normale reihe so also ich kann ja noch mal kurz erklären hier was ich überhaupt mache ich habe mir gedacht das ist also wir bauen ja eine eine mittelalterliche arena so gladiatoren mäßig oder jetzt muss nicht unbedingt mittelalterlich sein aber so mit schwertern und halt jetzt nicht irgendwie mit maschinengewehren und die ist ja auch sehr klein und in der mitte gibt es dieses loch das ist dann sozusagen die challenge die besondere dass die leute aufpassen müssen dass sie hier nicht runter rattern sehr gemeine challenge aber so ist das leben hier werde ich jetzt übrigens noch mal treppen stattdessen reinhauen damit das ein bisschen besser aussieht genau und ich habe mir gedacht dass man statt glas lieber eisen benutzt bei so einer arena das passt besser ist ein bisschen härter ein bisschen roher hat jetzt nicht unbedingt was mit rohan zu tun aus her der ringe aber ja wisst ihr schon so hier kommen wieder die ganzen treppen verdrehungs wunder und hier muss ich jetzt noch so und so und dann noch so und so zack zack sieht besser aus oder jo das sieht besser aus sieht immer noch sehr merkwürdig aus aber sieht besser aus ja 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 also man sieht auch schon dass das hier so ein bisschen auf diese connected textures hat so mit sachen die im sand drin sind hier kann man zum beispiel ganz viele verschiedene zeug und mit gras gibt es das auch und ich glaube der stein hier ist auch ein bisschen unterschiedlicher ist er und ja ne so was das finde ich bei text texture packs immer sehr schön wenn wenn es sowas gibt ja ich habe das gefühl als hätte ich irgendwas vergessen zu erwähnen zum theming zum thema gaming anfänge naja erst eigener pc recht spät generell nicht so viel gezockt die gebrechlichen anfänge waren mit nintendo und richtig gaming war dann mit dem ersten laptop mit dem eigenen und dann auch schon relativ ich glaube kurz nach meinem zwölf oder zu meinem zwölften geburtstag oder so habe ich glaube ich damit auch dann word of warcraft bekommen äh glaube ich relativ früh vergleichsweise äh genau das war gerade in zu dem zeitpunkt 8 damals als wir unsere neue dsl leitung hatten also die aktuelle die 16.000er damals als das noch gut war ähm genau da habe ich dann auch relativ schnell nach drauf folgen mit word of warcraft angefangen also generell äh ja ich bin was meine kindheit angeht bin ich nicht so der gaming experte irgendwie mit irgendwelchen spielen die sonst keiner kennt die ich aber total toll finde oder richtige lieblingsspiele aus meiner kindheit gibt es alles gar nicht weil ich die eigentlich auch nie durchgespielt habe die meisten spiele und das lustige ist was mir letztens erst klar geworden ist was ich dazu nochmal anmerken könnte äh dass ich damals schon wenn ich dann irgendwie bei einem freund war oder so mit seinen eigenen konsolen und die halt alle ein bisschen intensiver da hinterher waren als ich äh dass ich lieber meistens tatsächlich zugeguckt habe wenn die gespielt haben das war aber nicht so schlau oder? nee das war nicht so schlau und äh das ist insofern lustig als dass ich halt im prinzip äh dadurch dass ich meistens lieber zugeguckt habe ne also jetzt zum beispiel wenn man zusammen vor Zelda saß oder so und dann willst du nicht auch mal nee nee spiel du ruhig ich guck zu und so das war dann immer ich so der langweilige und äh das ist halt insofern lustig als dass ich ja heutzutage sehr intensiv auch Let's Plays selber gucke und äh im prinzip habe ich das damals schon getan nur damals gab es keine Let's Plays äh ich habe Let's Plays geguckt bevor es Let's Plays gab so das ist mir letztens erstmal so klar geworden ich finde das ist schon ganz witzig genau aber äh um das Thema jetzt wirklich mal zum Abschluss zu bringen schreibt mir doch mal eure Gaming Anfänge in die Kommentare so mit welchen Konsolen in welchem Alter ob das auch eher wie bei mir war oder ob ihr da direkt total begeistert wart und auch Spiele durchgezogen habt überhaupt mal äh ja das würde mich sehr interessieren würde es wirklich also das ist ja auch immer das Schöne wenn solche Fragen und solche Themen aufkommen dass nicht nur ich da ausführlich drüber reden kann sondern dass ihr auch halt selber nochmal euren Senf dazu abgeben könnt das finde ich super und äh hier mache ich glaube ich nochmal Fenster wenn man das als Fenster bezeichnen kann und ich glaube die Folge ist aber auch schon zu Ende oder? die Folge ist zu Ende okay okay dann würde ich sagen beenden wir die Folge auch mal schlau nix äh ich muss die dann auch jetzt gleich mal hochladen falls mein Internet heute wieder stirbt und ich will das hier noch kurz zu Ende machen äh so okay aber ich glaube ich nehme auch gleich noch weiter auf ja das werde ich tun okay Leute damit ich ja keinen Monster spawnen gehe ich mal in dieses Menü alles klar ich hoffe es hat euch gefallen äh wenn ja dann lasst es mich wissen ansonsten wenn ihr noch neue Fragen oder Themen habt über die ich genauso wie heute mal quatschen könnte dann schreibt sie mir in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns zu besagtem nächsten Mal bis dann bis dann